VfL Bochum VfL Bochum hat Mittelfeldspieler Vitali Jannet fest verpflichtet. Nachdem der 20-Jährige bereits seit Januar 2017 von RB Leipzig ausgeliehen war, unterschrieb er bei den Westfalen einen Vertrag über drei Jahre bis zum 30. Juni 2021. Vitali Jannet gehört in seiner Altersklasse zu den großen Talenten im deutschen Fußball, weshalb wir froh sind, ihn in unseren Reihen zu haben, sagte VfL-Sportvorstand Sebastian Schintzielortz twitter.com-willbochum. Bundesliga. Einen Treffer im Profibereich kann er bisher nicht vorweisen. Bundesliga.